hey leute und herzlich willkommen bei einem neuen video von mir heute sind wir auf dem mein black server schon wieder und ja ich mag den server ich gern bietet mal was anderes und ja auf jeden fall möchte ich ganz am anfang jetzt wirklich danke 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 sagen ich habe jetzt mittlerweile 50 abonnenten und ich finde das echt so geil wie sich das entwickelt hat und danke für jeden für jedes kommentar dass ihr mir schreibt und ja also mich persönlich motiviert das wirklich sehr wenn ich sehe ja ihr guckt meine videos und es macht spaß und wenn ihr meine videos guckt und wenn ihr dann auch ein kommentar hinterlasst ja das ist meiner meinung nach das wofür ich youtube mache genau für das weil wenn es euch gefällt dann bin ich froh und dann mache ich das gerne weiter aber im prinzip geht es mir gar nicht um abonnenten aber ich finde es einfach toll zu sehen dass euch meine videos gefallen ja das ist jetzt freend da geht es darum da kommen jetzt ganz viele enddragons und versuchen uns runter zu schmeißen aber das lasse ich nicht mit mir tun ich möchte jetzt nicht sterben das war zu unnötig dass ich das gemacht habe aber ist egal weg da sofort blöden drachen das war glück weil jetzt wäre ich fast runtergeflogen ich muss weg hier so gut der sound ist mir ein bisschen zu laut ja so ist okay auf jeden fall will ich da wirklich danke 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 sagen weil ja sowas ist halt wirklich toll zu lesen und ja der fliegt einfach mal unter mir durch ja was ich jetzt noch sagen möchte also es gibt einfach nichts mehr zu sagen ich muss ich muss jetzt einfach irgendwas sagen nein ich hab ja ich hab falsch anbekommen dann gucken wir da jetzt noch tun dann machen wir noch eine karte runde soll ja jetzt einfach nur mal so ein video sein wo ich dann einfach mal so sage so ähm ja ja leute leute danke für das und ja dann ist jetzt meine frage an euch ähm da ich mir jetzt einen neuen pc kaufen ähm kaufe damit ich ähm dort oben dann auch cod spielen kann battlefield und sowas wollte ich euch jetzt nochmal fragen was das ähm super spiel achso ja ähm wollte ich euch fragen wollt ihr in der zwischenzeit auch mal so ein wo-w video ich weiß bei wo-w spalten sich die meinungen die einsagen wo-w scheiße es ist wie team rot und team blau team rosa stopp wo-w wo-w ist das behindertste game ever und die haben es vielleicht doch nicht einmal gespielt oder so ähm und die blauen die sagen dann zum beispiel so wo-w ist richtig geil ähm bla bla also ich bin jemand der zu team blau gehört ich mag wo-w wie äh wirklich richtig gerne ähm das einzige was ich jetzt nicht so gut finde ist das dass man halt dafür bezahlen muss die 27 äh ja 27 euro glaube ich für drei monate oder drei monate glaube ich ähm gut ist jetzt ja auch nicht so schlimm aber ähm ja das müsste halt nicht sein weil es einfach viele free to play spiele gibt die eben dann als ausweichmöglichkeit dienen aber ich finde wo-w richtig cool und wenn ihr wollt dass ich ein wo-w ähm gameplay mal zeige beziehungsweise mal so ähm charakter stelle ein bisschen damit rumlaufe und sowas könnt ihr was geht mit dem nein ich bin jetzt schon ich bin so schlecht in diesem spiel muss ich auch sagen nein wo weg weg von mir geht weg geht weg von mir so ähm ich baue mich hier jetzt ein weil das ist eine tolle möglichkeit um zu überleben nein okay ich lebe noch aber dann muss ich mich jetzt hier einfach wieder hoch bauen das ist ja nicht so ein problem jetzt lasst mich in miss geboren man jetzt bin ich tot ja egal sorry leute für dieses verpeilte dieses verpeilte gameplay ist ja eigentlich kein gameplay ist ja leichter spielt ähm ja ich bin noch ein bisschen müde bin eben erst aufgestanden und ähm ja also eben nochmal danke an die 50 abonnenten ich werde mir was einfallen lassen für ein special wenn ihr ideen habt könnt ihr es mir gerne in die kommentare schreiben und ja wenn euch das video gefallen hat würde ich mich über einen daumen nach oben freuen und wir sehen uns dann beim nächsten mal macht's gut haut rein und ciao ciao